Wir können aus unserem Lagervorrat schnell und flexibel anbieten und die Lösungen sicherstellen, die Kunden kurzfristig brauchen, ohne das Risiko von Lieferketten zu haben. Wir sind in der Regel deutlich schneller und flexibler als der Wettbewerb und verfügen über den zumindest europaweit größten Lagerbestand und großen Elektromotoren. Daher können wir schnell und ohne Lieferkettenrisiko aktuell reagieren, wenn unsere Kunden uns brauchen. Wir haben momentan viele Kunden aus der klassischen Industrie, aus Rohstoffindustrien wie Zement und Mining sowie aus dem Kraftwerksbereich, die relativ kurzfristig Motoren haben möchten, um das Lieferkettenrisiko bei Neufertigung oder bei größeren Reparaturen zu vermeiden, wie dieser Motor zum Beispiel, der für eine französische Raffinerie ist, damit dort kurzfristig der Reservebedarf widersetzt ist. Wir liefern schnell und flexibel aus Lagervorrat und reagieren und agieren damit innerhalb kürzester Zeit mit unseren Kunden.